Und jetzt befinden wir uns bei Campus Radio, dem Radiosender der FH St. Pölten. Nun wollen wir mal sehen, was hier so passiert. Unsere Kollegen von FH Space bzw. von CTV und von Campus Radio werden euch weiter auf dem Laufenden halten hinsichtlich der Prämierungen von Create Your World. Welches ist eure Aufgabe hier? Was macht ihr so? Wir machen Radiosendungen. Seid ihr da auch live, Livestreaming und so? Wir machen jeden Tag von 11 bis 12 Uhr Livestreaming, genau. Dankeschön, was ist dein Aufgabenbereich? Auch im Radio arbeiten. Gut. Und so, mit der Ausstattung hier zufrieden? Euer kleines Hauptquartier? Ja, es ist recht gemütlich, da zu dritt in dem Wagen zu sitzen, ist schon angenehm, ja. Ja, man merkt, es ist hier auch einigermaßen klimatisiert, nicht zu heiß, nicht zu kalt, es geht. Aber wir bekommen heute wahrscheinlich noch einen Heckbus. Einen Heckbus? Genau. Gut, dankeschön. Hallo. Hi. Ihr Aufgabengebiet? Was, ähm, what are you doing? Ich mache Radio. Okay. Alle hier machen Radio.